Am 28. Juli findet dieses Jahr schon zum zwölften Mal das Steirische Almlammfest statt. Wie schon die Jahre zuvor erwartet uns auch heuer am Fuße des Hauser Kaiblings ein spannendes und vor allem kulinarisches Programm für Jung und Alt. Neben einem Oldtimer Traktorentreffen können sich ab 15 Uhr groß und klein die Zeit beim Schafrennen vertreiben. Der Erlös der Wetteinsätze wird hier bei einem guten Zweck gespendet. Das Highlight ist aber, wie auch schon die Jahre zuvor, der Einzug des Schäfers mit seinen Schafen. Grüß euch gut, ich bin der Franz, ich bin der Schäfer am Hauser Kaiblings. Schau, dass die Pisten im Sommer schön grün sind und ich fühle mich da recht wohl, weil die Leute gefreut sind, weil wir so schöne Wiesen haben. Und das ist auch mein Stolz. Und ich freue mich schon auf das Salmlammfest am 28. Juli am Sonntag und hoffe, dass ihr mich zahlreich besucht. Wird wieder eine tolle Sache werden. Somit freuen wir uns schon auf einen großartigen Tag mit viel guter Livemusik und einem tollen Kinderprogramm samt Hüpfburg, Ponyreiten, Basteln und Schminken. Weekend Weekend Bis zum nächsten Mal.